Ja und herzlich willkommen zurück zu Radio Nord. Wir gehen gleich wieder hier rein. Wir wissen ja jetzt, dass wir zumindest Bomben haben. Deshalb gehen wir hier ein bisschen schneller durch. Ich habe nicht viel geendet eigentlich, wir haben ein Einsatzteam. Ich hoffe einfach, dass wir da schnell durchkommen. Das grosse Goal ist eigentlich, bloß die Bomben schnell zu finden und alle zu neutralisieren, die uns irgendwie in den Weg kommen. So geht der in den Lift. Lift nehmen wir nicht. Okay, ein bisschen Backtracking machen, kurz. Was wird denn lustig? 30 Minuten haben wir Zeit, bis die Bomben explodieren. Die Maschine hat mich gerade ein bisschen irritiert. Aber hier sieht das clear aus. Ich weiß nicht, wo der andere Typ ist. queen, locket die Position. Das war die Rute. Das war's. Der Weg hinter mir. cars in, weiter zu gehen. Springt die Tür. Red. Split in Cover. Ready. Es kommt, um meine Weg. Es ist offen. Wir sind bereit. Gold. Team Move in, clear it Roger Get down, I want to see hands, down on your knees On me, move Get down and keep your hands up Hands on your head, move Provide support on me Let me see those hands Restrain them LSPD, don't move Lass mich durch Junge Hands up, above your head Put your hands up Put your hands up Arrest them Yeah, I got cups Police, down on the ground Put your fucking hands up Zipped up and good to go Got it Good to go Hands up Das war ein kritischer Eingriff eigentlich hier Hands up, drop to your knees Get down, I want to see hands Okay, hier ist auf jeden Fall jemand drin Split the stack on this door Red Through the door and clear I'm on it Red team Get the door and move in Down on the ground Move Hands on your head, now Don't worry Move, move, move Blue team Hit and provide cover on this door Down on your goddamn knees, now Red You're in my way, sir Split the stack and provide cover I'm on it, please I'm on it War is good Open and clear Copy that Go in Hands up Open and clear Hands up, above your head Get down on your knees Empty over here Police, hands up Come on, out Provide support on me I got you Get on the ground, now Hands up, do it now Hands up, do it now Split the door Open the door Clear it 10-4 Okay, die sind dead, leider Okay, das ist die Lobby Okay, da geht's raus Gut, solidärisch eigentlich Get down on your knees, hands up Police, get your hands up Okay, am I sitting on the left? Move I'm with you Move in and clear I'm on it Move in, clear, fall in On you Hands on your head Gem, lie down Oder was für eine Schlacht die hier hatten Hands up, down on your knees Get down, now Down on the ground, now Dann sollten wir theoretisch hier durch sein mit diesem Trakt Glaub ich Abgesehen von dieser Tür Die mirrorn wir mal kurz Ich glaub, die geht jetzt irgendwie in das in den anderen Teil rüber Achso, ja gut Achso, ja gut Das geht in den dritten Stock hoch Zweiten Stock Okay Hier ist jetzt schlauer zu mirrorn, weil ich glaub, das geht raus Ist das jetzt der dritte Floor? Der dritte Stock Okay Okay Move in and clear it. Moving into place. Move, move, move! Hands on your head! Do it now! Hands up now! Drop to your knees! Hands up now! Put your hands up! Use the wand. Check for targets. Blue team. Red team. Split the stack on this door. The mirror. Blue. Provide cover. Good position. Blue team. Good. Moving, clear it. Through the door and clear. Move it down! Move it down! We have a suspect down here. Threates down. Blue. Nothing here sir. I hope the others have survived. Open and clear. In position. Drop a light. Suspect cuffed and secure. Evidence. Good to go! Okay, blue hat nichts. Blue team. Move in. Clear it. Moving into place. Okay, theoretisch sollte das glaube ich mit rote zusammen gehen. Moving. Keep your hands up. Hands on your head. Move. Let me see those hands. I need a pants. LSTD don't move. Copy. Clean house and we'll take them out. The fusing. Blue. Cover me. Still clear. The fusing. Eine Bombe zumindest. Aber das wäre ja nicht die einzige. Wir sind elf Minuten drinnen. Wir sind elf Minuten drinnen. Arreste ihn. Verabrede ihn. Verabrede ihn. Get down! Der Buckle ist auf und gut zu gehen. Evidence ist gut zu gehen. Sehr nice. Hands up! Above your head! Put your hands up! Put your hands up! Okay. Police! Down on the ground! Put your fucking hands up! Put your hands up! Niemand hier. Ähm. Blue Team. Split and provide cover on this door. Warte. Blue kann ja wieder scopen. Use the mirror. Check for targets. Split the stack and provide cover. Look at the ground! Now! Got the wand. We're good to go. Der Raum hier war safe. Multiple openings. It's good. I got nothing. Okay, dann. Äh. Rotes Team. Rein da. Element. Red. There. On the way. Red Team. Get the door and move in. Roger that. All teams. Check it with the wand. On it. Die grossen Türen sind ein bisschen heikel, finde ich ehrlich gesagt. Wand, ready. I'm going. I'm going. Opening on the right. Safe. Nothing near, sir. Looks good. Open and clear. Getting into place. Police! Get down! Come light out. Das ist jetzt das rote Team. Going in. Hands up! Drop your knees! Okay, da geht's rüber. Let's clear over here, boss. I want to see hands! Oh Gott! Oh Gott! Oh fuck! Ich dachte, die wird dead! Die haben wir nicht besucht. Ich dachte, die wird dead! Let's go! Down on the ground, move! I got nothing here. Hands on your head, now! Okay. Dynamic movement. Move and clear. Okay, kurz zu blau rüber. Lightstick. Going in. Stay on me. I got you. Gold. Check it with the mirror. On it. Halt. Was für ein Massaker. Da geht's runter. Ach du Scheiße, ist doof. 15, 14 Minuten. Hmm? All clear. Red Team. Open the door, clear it. Moving up. Get the door, clear it. Ready. Let's go! Down on your goddamn knee, now! Hands up! Blue. Hands up above your head! No! You must move? Move in. Clear the room. Get into place. Das war die Tür, okay. Move and clear. Got it. Fall in behind me. Behind you. Okay, also es geht runter. Können runter gehen! Drop the gun! Don't make me sue you! Was? Was ist das? Was ist Kahn? von wo der kam. Hast du ihn gekauft? Vielleicht kam der von oben oder von unten irgendwo. Irgendjemand soll ihn bitte kaufen. Alter, wie die rumspringen. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir da die Treppe runter. Und dann, wenn wir diesen Trakt gecleatet haben. Soll ich veräuchte es zuerst noch. Oh Gott. 17 Minuten. Entschärfen sie die Bomben. Ich weiss nicht, wie viele Bomben das hat. Und es hat einen ganz anderen Traktor drüben. Oh no, da waren wir schon. Da waren wir schon, da waren wir schon, da waren wir schon, Leute. Und wo ging es da? Long Waiting Room Pediatric Unit. Da hinten, genau. Immer ein bisschen schreien, damit die Leute uns hören. Was irgendwo jemand sein würde. Das war ein Arzt, der sich verkleidet hat. Das war's. Das war's. Und dann. Da. Bist du. Das war's. Da muss ich vorher fangen, mit Android. Da, da. Das war's. Das war's für heute. Gold Team. Blue Team. Red Team. In die Runde und clear. Dynamic Movement. Flash und clear. Lass deine Hände hoch und schau dich langsam. Defusing Bomb. Bitte entdeckt mich. Bitte entdeckt mich. Ich hoffe, es ist die letzte Bombe. Dann können wir ein bisschen Pace rausnehmen. Okay, gut. Ich kenne es gut. Oh Gott! Sorry, sorry, sorry! Cool, dass er Blue 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 geschrien hat. Ich hätte ihn sonst erschossen. Red. Blue. Mirror for Suspects. Got it. Red Team. One, ready. Move in and clear. In position. Provide support. Got your six. Element. Got some open exit. Looking good, sir. All good here. Move in and clear it. In position. Ich habe ihn einfach angeschossen. Okay, Ordnung im Chaos ist noch nicht hergestellt. Move in and clear. Okay, Red Team ist bei mir. Opening on the right. Zip them up. I got cups. Put your hands up. Das Blue. Talk. Stay there down. Talk to Entry Team. Handcuff. Die wollen hier ernsthaft das ganze Krankenhaus in die Luft jagen. Put your hands up! Okay. Haben wir einen Wedge? Diesmal eben nicht dabei, ne? Split die Tür. Getting into position. Clear it after my go. Got it. Äh. Why? Öffest du die Tür? Dürf. Puh. Go, go, go. All way right in front. Opening on the left. Put your fucking hands up. Keep your hands up. We're coming out. Get on the ground now. Police, get down. Talk. Let's roll. Tudor. Get your hands up. Copy that. I got nothing here. Okay. Behen rein. Behen rein. Oder Stinger. Irgendjemand? Ja, das bringt ja nix. Boah, seid ihr vollidioten manchmal. Ich würde eigentlich gerne kurz schauen, wie es aussieht da mit dem Muni. Okay, noch ein halbes Magazin. Okay, keine Muni mehr. Ich glaube, das müsste dann der andere Stock sein, den wir noch nicht gekleert haben mit der Totenschau oder wie das heisst. Totenschau. Wahrscheinlich nicht. Hier müsste aber eigentlich, glaube ich, jetzt alles gekleert sein. Wenn ich da richtig bin. Okay, den Exit haben wir noch nicht. Sonst sind eigentlich alles... Geht das ganz rund, wenn mir geht nicht. Ich will die Tür schließen. Ich hätte mehr Munition für die Pistolen mitnehmen sollen. Da sind auf jeden Fall noch Leute drin. Und eröffnet mit Stinger. Geht das nicht. shreds. Wir werden müssen auf jeden Fall gehen. Und dann zu. Hier geht's. Auch wenn die Pistolen wird. Und dann weiter. Die Pistolen wird sich imulated. Ich wundere dich. Wundere dich übrigens. Na Zeit, was ich jetzt mit meiner Geiden. Und dann auf dem Boden, jetzt. Okay, wo ist das Aspekt hin? Mirra für Kontakt. Ich bin auf. Ich habe das Wunsch. . . . . . Wir haben hier eine Hallweite. Nichts. Wir sind hinter uns. Okay, blue, blue. Ultrasound room, staff only x-ray processing. Komm schon auf die Seite, bitte. Ich meine, wir haben ja jetzt die Zeit. Eigentlich könnte ich jede Tür jetzt wanden. Wanden? Wanden. Okay. Okay. Kann halt jederzeit wieder etwas von hinten kommen. Nothing. Red Team, open the door, clear it, acknowledge. Blue, check it with the wand. Nein. Oh Gott, ich dachte gerade, das wäre die Tür. Äh, wo geht der jetzt hin? Wand, ready. Get in the ground, now! Got an opening up ahead. Fall in behind me. Nothing. I'm with you. Police, get down! No contacts. Hands up! Drop to your knees! Get down! I want a deep hand! High ground to top. Down on the ground! Move! Hands on your head! Now stand down! Roger that! Down on your goddamn knees! Now! I'll zip it up. Secured. Suspect cuffed insecure. Hands up! Move in, clear the room. Moving into place. Hands up above your head! Get down on your knees! Move over there. Move over there. Move over there. Provide cover. Move in. Police! Hands up! Blue Team. Check it with the mirror. Other remedies. Das Krankenhaus kann man nachher abreißen. So viele Schusslöcke das hier überall hat. Schau dir sicher. Keine Kontakt. Red. Get the door! Clear it! Move into place. Ich weiß nicht, was die bisher alles übersehen haben. Ob wir eine Runde haben. Hands up! Do it now! Hands up! Do it now! Blue. Nothing. Get down on your knees! Move in. Bang the room and clear. Let's go. Red Team. Move in and clear it. Roger. Police! Get your hands up! Hands on your head! Hands up! I'm going! Hold me right side. Nothing. I'm ready. I'm ready. I'm ready. Get down now! Talk reporting. Provide support on me. Got point. EMTs and trailers are standing by. Soll ich die Tür theoretisch genau zu blau führen? Genau. Perfekt. Alright Team. Diamantenformation bitte. Wir müssen ganz kurz hier schauen ob wir jetzt alles gecleared haben oder nicht. Hands on your head! Do it now! Kein anderes Treppenhaus. Hands up now! Drop to your knees! Hands up now! Ich meine schreit noch irgendwo jemand. Put your hands up! Get down! Get down! I want to see hands! Down on your knees! Get down and keep your hands up! Hands on your head! Move! 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 Dieser Alarm macht es auch nicht unbedingt viel besser. Ich sehe die Hand! LSPD! Don't move! Police! Get down! Hands up! Above your head! Put your hands up! Put your hands up! Put your hands up! Down on the ground! Put your fucking hands up! Keep your hands up! Get on the ground now! Okay da ist nix. Police! Get down! Hands up! Drop to your knees! Get down! I want to see hands! Down on the ground! Move! Alright! Ist die Frage hoch oder runter? Das ist Floor was? Floor 2? 1? Gibt es also gibt es Floor 1? Ist Floor 1? Ey geh! Erdgeschoss! 1? 2? 3? Hands up! Jetzt! Ich glaube hier sind wir runtergekommen oder nicht? Get down on your goddamn knees! Jetzt! Hands up! Ah da waren wir schon. Was wählt uns denn noch? Wahrscheinlich hier unten der erste Floor. Wahrscheinlich hier unten der erste Floor. Kann das sein? War das irgendwie 2? Get down on your knees! Police! Hands up! Kuchen! Behind the door! Behind the door! Was heisst Kuchen? Ah ok. So waren wir hier schon. Dynamische Bewegung! Move und clear! Move! 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 Ich verstehe es nicht. Move! Get on the ground! Hands up! Do it now! Drop the weapon! Drop the weapon! Hands up! Move it! Move it! Hands up! Police! Get your hands up! Drop the weapon! Hands on your hands! Drop it down! Get down! Now! Okay, hier unten waren wir noch nicht. Das ist jetzt das, was ich gemeint habe. Seine Waffe. Mit der Totenschau. Now! Hands on your head! Do it now! Hands up now! Drop to your knees! Hands up! Now! Move in! Bang and clear! Put your hands up! Get down! Get down! Sind die noch alle? Wo ist der? Ok, da. Hey! Let's switch! Get down! I want to see hands! Okay, viel zu viele offene Türen. Hands on your head! Move! Ich schliss jetzt die Tür wieder auf. Keep an eye on the door. Watch the opening. There, move! I'm moving. Let me see those hands! Blue Team! Move in, toss the bang and clear! can you close the door? Me? Hehehehe! Wäre nicht nötig, aber okay. Let me see those hands! Blue Team! Move in! Toss the bang and clear! Gar nicht gesehen. Okay, bring die Kaus in. Sahir Azadu verhaften? Wann haben wir den denn verhaftet? Ja, ich auch. Ich würde es auch bevorzugen. Ja, ja, später. Die Tür sollte er theoretisch, genau, zurückführen. Nein, nein, nein. Wir haben ja theoretisch keine Gegenden mehr, eigentlich. Aber ich höre noch die Listen, glaube ich. Huch, wollte ich gar nicht. Okay, blaues Team ist jetzt hier. Rotes Team kann mitkommen, denn rotes Team ist hier hinter. Soll die eigentlich gleich mal fertig sein, glaube ich. Junge, Junge! Ja, ich höre noch an deinen Scheinen, jetzt! Nichts hier, Herr. Keine Ahnung, Herr. Geh in, clear the room. 10-4. Let's go! Out the way, Herr. I'll go! Hands up! I'll go, right. Gem light out. Good ear. Hands up above your head! Ah, hier waren wir ja gar noch nicht. Nichts hier, Herr. Geh in, clear the room. Do it. Get down on your knees! Police, hands up! Hä? Get on the ground, now! Provide support. Move, move, move! Hands up, do it now! Hands up, do it now! Get down on your knees, hands up! Police, get your hands up! Hands up! Hands on your head! Hands up! Down on your knees! Aber wir ja diesmal vom, vom anderen Eingang reingekommen sind. Get down, now! Down on the ground, now! Hands on your head, do it now! Aber eben das Problem ist halt einfach, wenn wir jetzt jemanden übersehen haben, dann... Ne, ne, ne! Move in, clear it! Roger. Through the door and clear! Getting into place. Move, move, move! We've got an opening here. All the way left. Chem light. Wenn wir jetzt jemanden irgendwo übersehen haben, wäre das schwierig. Dropping the light. Die Person zu finden. Und ich glaube, das ist der Fall. Stay on me. Behind you. Das ist jetzt doof. Das ist jetzt echt doof. Das heisst, wir müssen drei Stockwerke durchsuchen. Also, ihr habt nicht richtig geschaut. Ne, ihr habt hier, okay. Alle sind irgendwie angeschossen. Hands up, now! Ah, das wird jetzt beschissen. Sorry für den Ausdruck, aber es ist so. Fallen behind me. Ich finde, man müsste irgendwie, wenn nur noch eine Person da so fällt, müsste man irgendwie sagen können, ja, ich beende die Mission jetzt hier und möchte, dass, äh, dass die anderen Einsatzkräfte dieses Krankenhaus durchsuchen. Hier warst du. Können höchstens nochmal hier, vielleicht durch dieses Treppenhaus hochgehen und schauen, ob da was ist. oder die jemand ist. Aber es geht gar nicht. Ich mach das gar nicht. Ich laufe mir halt einfach hinterher wie doof, ey, weiss nicht was. haben wir hier irgendwo jemanden übersehen. Irgendwo in der hintersten Ecke oder in der Kammer. Ich weiss doch auch nicht. Ich weiss doch auch nicht. Das ist jetzt doof. Das finde ich jetzt doof. Ich kann höchstens ganz kurz noch durchlaufen, aber ich glaube... nicht, dass wir die Person finden werden. Wahrscheinlich jetzt hier wirklich irgendwo 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 im hintersten Ecken... des Krankenhauses. Da war nur einer drinnen, ja. Das Geräusche finde ich gar nicht cool. Hier waren zwei... Hier war niemand. da drüben auch nicht. Hallo. Ein X-Ray-Room. War niemand drin, ne? Vor allem ist das halt einfach ein fucking Labyrinth. Hier sind die schon durchgelaufen. Ich glaube nicht, dass wir die Person finden werden. Floor 3. Da ist die Raum für Kontakt. Ich finde halt auch, wenn ich ihnen sage, dass sie den Raum durchsuchen sollen, dann machen sie das bitte doch auch wenigstens. Nicht einfach hinter mir los. Laufen wie kleine Dackel. Vielleicht darf den WC es jemanden übersehen. Wahrscheinlich auch nicht. Aber ziemlich unsauber irgendwie. Lasst mich bitte raus. Das ist aber cool gemacht. Die Map hier. Wieder mal eigentlich wie alle Maps. Den werden wir nicht finden. I'm sorry. Ihn oder sie. Die sind ja auch alle hier gekauft, ja. Hier war auch nirgendwo jemand versteckt. Nope. Nope. Ach Gott. Oh. Das geht. Die Balance schießen. Alter, das sieht so brutal aus. Nur sind das ja leider immer meistens echte Szenarien. Also so könnte das auch wirklich passieren halt. Ich kriege es wieder runter. Wir gehen jetzt runter und dann beenden wir einfach den Einsatz halt beim Eingang. Alter, das ist immer dieser Blutbäder. Wenn wir niemanden finden. Es tut mir leid, ich weiss nicht wo die Person wäre. Wäre cool, wenn es am Schluss irgendwie noch angezeigt werden würde. Oder vielleicht ein Kameraflug dahin. Was da recht doof ist. Kann gut sein, dass irgendwo noch in so einem Raum jemand ist. Und den ich vielleicht übersehen habe. Er zählt nicht dazu. Er zählt auch nicht dazu. Er zählt auch nicht dazu. Hier ist jemand drin. Oh mein Gott. Stuff only. Hands on your head, move! Begin a search. Secure any contacts. Let me see those hands! Oh. I don't fucking know, sorry. Ich hoffe es ist nur eine Person. Das sieht vielleicht falsch angezeigt. I don't know. Auf jeden Fall hier wäre ja der Ausgang. Hier könnten wir die Mission eigentlich beenden. Und ich glaube das machen wir auch. Oder ist die rausgelaufen? Die Person vielleicht. Sieht nichts aus. Ja, sorry. Ein Ziblis hat gefällt keinem, wo der war. Ja, okay. Friendly Fire einmal von mir, sorry. Unauthorized Use of Force. Exfiltrated Mission. Ein von D. Wow. Ich hoffe das zählt jetzt, dass wir die andere Mission auch spielen können. Die nächste. Weil theoretisch haben wir ja den Einsatz abgeschlossen. Lass mal kurz schauen. Ernsthaft, das zählt nicht. Okay. Dann würde ich sagen, mache ich das halt noch offline, damit wir den nächsten Auftrag dann beim nächsten Mal spielen können. Alter, ernsthaft. Das war jetzt mies. Ich dachte, vielleicht würde das zählen. Wow. Das hilft mich gerade richtig. Sorry. Ich würde sagen, das war es mit dieser Folge von Radio Not. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war echt beschissen. Das ist eigentlich gut, aber beschissen. Ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Wirklich. So, are you ready? persist door forms. Das war es mit dem Film. So,いく form war. Wirklich. D 만�jeißum. Und dürfen. D bitches. ...